Dieser Ford S Max ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in diesem schwarzen 5 Thüringen Wynn Platz. Der Wynn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, und vieles mehr. Der Diesel überträgt eine beachtliche Leistung von 200 PS auf ein Automatikgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 36.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis